Guten Tag Leute und Willkommen zu meinem 200. Daily Vlog Leute, wir haben die 200 Daily Vlogs erreicht und diesmal fühlt es sich wirklich an wie der 200. Daily Vlog, nachdem ich ein paar Daily Vlogs nachgeholt habe. Leute, 200 Daily Vlogs, könnt ihr es euch vorstellen? Einfach nur crazy, kaufgeisteskrank, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht beschreiben. Heute steht ein 10-Minuten-Vlog an und heute fahre ich in die Trampolin-Halle. Leute, wie geil ist das denn? Meinen 200. Daily Vlog mal wieder in die Trampolin-Halle fahren, weil als ich mal in der Trampolin-Halle war, ist das Video so krass abgegangen, ich glaube das hat schon fast 90.000 aufgefahren, einfach nur crazy. Und heute wird es noch heftiger Leute, es wird viel heftiger. Wir fahren auch aus der Brücke ins Ursprung oder wie das auch heißt, keine Ahnung. Es heißt übrigens Absprung und nicht Ursprung. Und das Ding ist halt, ich habe ja schulfrei und wir haben es jetzt gleich 1 Uhr. Und weil ja noch einige Schule haben, weil nicht alle haben ja schulfrei, kann es wirklich sein, dass es da einfach komplett leer ist, wirklich komplett leer. Und Leute, nachher gibt es noch einen Special Guest. Vielleicht kennt ihr sie, vielleicht kennt ihr sie nicht, aber wir schauen mal. Meine Tasche ist auf jeden Fall, ähm, naja, noch nicht gepackt. Hier sind auch die ganzen Schulzachen drin, die ich erstmal für die nächsten 10 Tage noch brauche. Ja! Okay Leute, jetzt ist meine Tasche endlich gepackt und übrigens wurde sogar unser Praktikum von der Schule einfach wegen Corona abgesackt. Das ist, ist das irgendwie nicht schon ein bisschen übertrieben? Also klar, so Sicherheit und so bla bla, aber trotzdem. Ich glaube, die haben ja gestern entschieden, dass die Schulen bis zu No. Osterferien geschlossen werden sollen, aber keine Ahnung. Also, das Video drehe ich jetzt an dem Tag, wo es noch nicht entschieden wurde. Aber Leute, wir liegen kurz vor den 43.000 Abonnenten. Äh, das ist echt heftig, Leute. Danke für euren ganzen Support. Ich schätze es wirklich sehr. 200. Daily Vlog, ich bin ab Start. Okay Leute, ich befinde mich jetzt gerade draußen und das Wetter ist einfach nur absolut scheiße. Es ist, Leute, es wird einfach nur geil, Leute. 200. Daily Vlog, es wird einfach nur geil. Genau, ich muss jetzt noch eben 5 Minuten warten. Oder 10? Oder 15? Keine Ahnung. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann gleich im Unterbieter. Ist absolut windig. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade im Auto und Dima ist noch wieder am Start. Yeah, 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 back to the roof. Kennt ihr, Leute. 200. Daily Vlog und das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Aber egal, Leute, wir lassen uns davon natürlich nicht ablenken. Richtig nice. Wir stehen gerade im Stau. Was sagt ihr dazu? Ja, wir lieben alle Stau, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Habt ihr auch Bock? Safe, so safe. 200. Daily Vlog, wird richtig nice. Let's go. Okay, Leute, wir sind angekommen. Let's go, Alter. Aber das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Ich habe jetzt noch eben das Objektiv gewechselt. Die gehört natürlich nicht mir, sondern Dima. Das ist meins. Let's go, ich habe richtig Bock. So, Leute, ich bin jetzt in der Trampolin-Halle. Auf jeden Fall mega nice. Hier ist einfach überhaupt nichts los. Ich habe mich gerade umgezogen. Und Leute, Special Guest ist am Start. Du siehst! Ja, wuuu. Nice, ihr kennt sie bestimmt. Warte, wer bist du? Deutsche Meisterin im Wakeboarden. Ja. Und ja, es ist einfach. Es ist nichts los. Alles leer. Wir warten jetzt auf die anderen und dann hauen wir rein. Let's go. Okay, let's go. Ich will nicht gewinnen werden. Los, Dima, hauen wir ein paar Moves raus. Willst du da einen Frontflip hoch? Hoch? Ja. Nein, 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 ich will mir nichts brechen. Oh, und jetzt, jetzt, jetzt. Und jetzt? Nein! Let's go. Let's go. Und? Junge! Ich will auch. Warte, jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Okay. Gerade mal fünf Minuten hier. Ich kann nicht mehr. Aber, Dima, ich habe eine Challenge. Okay. Wer die meiste Flickflacks macht? Hier. Ja, genau. Ich kann nicht mehr. Let's go. Du fängst an. Du fängst an. Okay. Eins, zwei, drei, zwei, drei, zwei. Oh mein Gott. Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ich habe noch nie in meinem Leben zwei Flickflacks gewonnen. Noch nie. Jetzt kommt der Profi. Alter. What? What? Oh mein Gott. Warte, sie kann es noch toppen. Jetzt bist du dran. Wie viel hast du gemacht? Äh, weiß ich nicht. Wie viel habe ich gemacht? Vier oder so. Vier, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Leute, ich kenne Julina. Ja, warte nochmal. Leute, ich kenne Julina. Es ist halt circa 20 Minuten. Und sie hat gerade eben einen doppelten Vorfeldsäuchel gemacht. Dum 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 dum. Das kann ich auch bald. Hier sind übrigens mega große Trapoline, Leute. Ich würde sagen, wir springen einmal auf großer Schübe eher, Alter. Okay, Leute, ich ziehe jetzt was durch. Wie, das war es schon? Ja, das war ich nicht mehr. Ich bin einfach völlig kaputt. Und die klettern einfach die Wand. Leute, warum kann ich das nicht? Ich mache es auf meine Weise, Leute. Nein, nein, nein. Okay, es klappt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich gehe in die Wand. Let's go. Okay. Okay. Die Regel, lande auf Gesäße oder Rücken. Warte, worauf bin ich gerade gelandet? Wohin kann es nicht so raus? Ich bin raus. Ich kann nicht mehr. So, Leute, das war es jetzt erst mal mit diesem Ding hier. Jetzt gibt es eine kleine Herausforderung. Und zwar, da oben ist so ein Parcours. Und das ist mit so einem Buzzer-Ding. Also es geht auf Zeit. Und ich, Dima und Jolina, wir treten gegeneinander an. Mal gucken, wer gewinnt. So, Jolina fängt an. Bist du aufgeregt? Mega. Mega. Let's go. Los, anfeuern. Oh, anfeuern. Oh, anfeuern. Und? Und? So, anfeuern. Ey, nicht. 49,5. Okay, müssen wir uns merken. Dima, du bist dran. Okay, komm. Los, du bist dran. Los. Nein, nein. Oh, mein Gott. Oh, 2, 3. What, schaffst du das? Ich weiß nicht. Okay. Komm. Komm. Oh, okay. Oh, 2, 3. Schaffst du das? Ich weiß nicht. Okay. Fuck, ich hab verloren! Egal! Zwei Schöpfe! Sauber! Der Hammer! Zwei Schöpfe! 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 I trust you, I trust you Okay, Julina muss jetzt zu Hause. Emotioneller Abschied! Tschüss Julina! Leute, also wenn das mal nicht eine kranke Montage war, das war ja immer mega heftig. Ist auch schon ein bisschen fauler geworden, hier sind schon ein paar Leute. Ich dachte ehrlich gesagt, es ist nicht so viel los wegen Corona. Ich liebe Corona! Jaaa! Ich habe so lange keine Rückwärtsleitung mehr gemacht, ich probier's jetzt. 1 2 3 Yeah! Oh mein Gott! Endlich! So Leute, unsere Zeit ist vorbei, wir haben alles rechtzeitig geschafft. Wir sind alle erschöpft, wir können alle nicht mehr. Und wir sind traurig. Ja Leute, aber es war schon ein richtig geiles Video. Ich habe mich jetzt auch schon gerade ready angezogen und ich warte gerade, bis die andere Rinde rauskommt. War auf jeden Fall richtig geil Leute. 200. Daily Vlog, das ist einfach nur crazy Leute. Und ich würde sagen, ich möchte mich dann gleich zu Hause nochmal. Da sind sie! Yeah! So Leute, der 200. Daily Vlog ist vorbei oder wie gesagt, wir kommen schon langsam zum Ende. Ich bin so kaputt, wirklich glaube ich werde morgen richtig 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 Muskelkarte haben. 200 Daily Vlogs, könnt ihr es euch vorstellen? Ich glaube, ich bin das erste Mädchen, was 200 Vlogs am Stück gemacht hat. Naja, ehrlich gesagt, das erste Mädchen in Deutschland, was 200 Vlogs am Stück gemacht hat. Also wenn das wirklich so ist, dann bin ich, dann kann ich echt stolz auf mich sein Leute. Wirklich danke für eure ganze Unterstützung. Wir sind einfach schon bei 73.000 Abonnenten. Das kann man sich gar nicht vorstellen Leute. Ich bin euch mega, mega, mega dankbar dafür Leute. Danke und ich würde sagen, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst euch gerne ein Abo da. Und werde ein Teil von der It's Me Abi Leute. Und die beiden sagen an dieser Stelle jetzt auch Tschüss. Und ich würde sagen Leute, wir sehen uns morgen wieder und Peace out. Tschüss.